Hallo Österreich, David Garrett hier. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich natürlich ganz herzlich für euren Support zu bedanken. Neues Album kommt raus, Unlimited heißt es, Greatest Hits. Viele, viele neue Stücke mit drauf an Plakt-Versionen und bin am 31. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle. Würde mich freuen, euch mit meiner Band begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles, alles Liebe und frohe Weihnachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017